Und für die Missen geht es weiter. Sie wollen etwas vom Land sehen. Das erste Ausflugsziel ist ein Wasserfall. Die Gruppe ist begeistert. Nur Miss Niedersachsen hat etwas weitaus Spannenderes entdeckt. Die 20-Jährige ist eine Tiernärrin durch und durch. Und das aus gutem Grund. Sie lügen einen nicht, sondern wenn sie sich einem zuwenden, wenn sie einen mögen, mit einem kuscheln oder so weiter, das ist wirklich ernst gemeint. Sie lästern nicht hinterm Rücken, dann auf einmal über jemanden ab und treiben falsches Spiel. Und deswegen zieht Katrin die Anwesenheit des Dromedars, der der anderen müssen, vor.